Boom! Ein neuer Trailer zu Infinity War hochgeladen, der sich aber nicht allzu sehr auf neue Szenen fokussiert, sondern eher auf die ganze Reise, die das Team während des Drehen des Films beschritten hat. So wurde dieser ganze Trailer auch mit Family betitelt. Dieser ganze kleine Trailer gibt uns nicht nur ein paar neue Einsichten, wie das Team eben dort mit zusammengearbeitet hat in einem Kommentar von ihm, sondern wir kriegen auch ein paar kleine neue Szenen gezeigt, wie zum Beispiel diese coole Szene, in dem Doctor Strange ein Portal öffnet und Star-Lord mit einem Boom sich in dieses Portal fallen lässt und verschwindet. Oder eben wie die Guardians Thor zum ersten Mal finden. Die Stimmung, die in diesem Trailer aufkommt, ist eigentlich sehr interessant. Zuerst haben wir natürlich die kleinen witzigen Szenen zwischen Chris Hemsworth und Chris Pratt, also der Star-Lord und der Thor-Darsteller. Dann geht es rüber zu Tony Stark, Pepper und Happy und dort wird nochmal beschrieben, wie sie zusammen diese ganze riesige Reise da begonnen haben und wie sehr die Verbindung zu Robert Downey Jr. geworden ist, der Iron Man spielt und eben Happy. Dann haben wir noch eine kleine Szene, in dem Robert Downey Jr. darüber labert, dass er während dem Drehen mit Doctor Strange mit der Zeit sich immer mehr in ihn verliebt hat, was hoffentlich auch dafür steht, dass wir viele Szenen von den beiden zusammen bekommen. Und am Ende bekommen wir auch schon das, was mich auch dazu bringt, dieses Video zu machen und zwar wird uns dann Mark Ruffalo gezeigt, der normalerweise Bruce Banner spielt. Und er spricht einfach über die Geschichte von Robert Downey Jr., die er eben hinterlassen hat in dem Laufe der ganzen Marvel-Filme. Er spricht darüber, wie er sozusagen der Vater des Ganzen ist. Mit ihm hat das Ganze ja erst so richtig begonnen, dieses ganze Cinematic Universe. Er ist auch von allem am längsten dabei, hat das Ganze aufgebaut, war in vielen Filmen immer ein Kernpunkt und war halt dieser, der alles aufgezogen hat. Das Ganze wirkt ein bisschen sentimental, zum Beispiel die Szene wie Mark Ruffalo, Robert dort umarmt. Danach kommt eben noch Robert Downey Jr. und redet darüber, dass das das Abenteuer seines Lebens gewesen ist, diese Reise, die er beschritten hat, die ganzen Marvel-Filme zu drehen und mit allen dort zusammen zu arbeiten. Das Ganze wirkt irgendwie schon so ein bisschen wie ein Abschied von ihm und dass es in Infinity War dazu kommen wird, dass er nicht mehr dieser Kernpunkt der ganzen Geschichten sein wird. Und das ist definitiv nicht auszuschließen von den ganzen Szenen, die wir auch gezeigt bekommen haben. Tony Stark war in den Filmen allgemein nie wirklich in einer richtig guten Lage. Und vor allem die Szenen, die eben von ihm und von Thanos gezeigt wurden, deuten immer mehr darauf hin, dass es zum Ende kommen könnte. Und eben nach diesem ganzen Family-Trailer, in dem man wieder so zurückblickt, man diese ganze Legacy von Tony Stark vor sich stehen hat, scheint es echt immer realistischer zu sein, dass sie die Zuschauer vielleicht auf ein Ende von Iron Man vorbereiten wollen. Klar, wir wissen, dass in Infinity War viele sterben müssen. Und gerade wenn ein Charakter wie Iron Man stirbt, der seit Jahren immer dieser Kernpunkt in den ganzen Filmen war, der alles zusammengehalten hat, würde einfach eine richtig starke Message raussenden, was für ein gefährlicher Gegner eigentlich Thanos ist. Und ich finde, das Ganze wird eben immer wahrscheinlicher. Es könnte auch sein, dass Marvel uns mit dem ganzen Promo-Gehabe und den Trailern einfach nur austricksen möchte. Und sie nur wollen, dass es eben so wirkt, dass Tony Stark stirbt. Und dass dann auch das Ende von Iron Man wird. Aber ja, Leute, das wär's von diesem kleinen Video. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht. Denkt ihr, es wird zum Ende von Tony Stark kommen, von Iron Man? Oder denkt ihr eher, dass er dem ganzen Universum erhalten bleibt? Vergesst auf keinen Fall, wenn euch solche Videos gefallen, den Kanal zu abonnieren, als auch einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. In Zukunft wird massiv Content dazu kommen. Das ist auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Und ich würde mal sagen, ciao.